Zuerst war ich mega überrascht und meine Frau war am Telefon und hat gesagt, sie fragen wegen dem Gurme-Festival und ich bin mega überrascht und erfreut. Es war natürlich eine mega grosse Ehre dabei zu sein, mit all diesen Top-Köchen und ich war einfach überglücklich. Wie man von unserem Restaurant auch schon weiss, machen wir viele vegetarische Gerichte und auch das wollen wir auf St. Moritz bringen mit ganz viel guten Gemüsegängen, wo wir Power in die Gerichte bringen und vielleicht auch ein, zwei Zutaten verwendet, die wir im Restaurant sonst nicht verwenden würden. Zuerst überlege ich, was für Gänge ich machen könnte, was gerade die Saison ist, dann male ich mir die Gerichte im Kopf zusammen aus, wie es aussehen sollte. Meistens bremst mein Souchef aus und sagt, was möglich ist und was nicht für so viele Personen. Das sind sicher die Produkte, die viel Säure in die Gerichte bringen, sei es Zitrusfrüchte, Essig oder eine Weisswebe, die ganz sauer ist. Und so bringen wir einfach viel Tiefe in die Gerichte, oder sei es auch mit fermentierten Produkten. Wir sehen uns im nächsten Mal. Wir sehen uns im nächsten Mal. Vielen Dank.